Ich möchte bald eine Familie gründen. Soll ich mich impfen lassen? Grundsätzlich ist es so, wenn man ein Impfangebot bekommt und man in Zukunft, in naher Zukunft schwanger werden möchte, sollte man dieses Angebot annehmen. Es könnte aber eine besondere Situation auch vorliegen, zum Beispiel, dass man eine bestimmte Erkrankung hat, dass man ein Risiko hat für eine bestimmte Erkrankung, die in der Schwangerschaft auch Probleme machen könnte. Umso mehr sollte man dann wirklich sich vorher, wenn es geht, impfen lassen. Es ist ja so, dass in diesen Zulassungsstudien bei den verschiedensten Impfstoffen waren Schwangere auch dabei, Schwangere, von denen man unter Umständen auch nichts wusste. Bei der Pfizer-Studie circa 23, 24 Schwangere. Diese Schwangerschaften verliefen völlig problemlos. Die Kinder waren gesund. Interessant ist auch die Auswirkung auf die Samenqualität. Also auch da gibt es keine Hinweise, dass diese Samenqualität gestört werden würde oder verändert wäre. Ein bisschen anders ist die Situation, wenn man eine schwere Covid-Infektion hatte. So ist man heute eher der Meinung, dass man zwei, drei Monate abwarten sollte. In dieser Zeit bilden sich ja neue Spermien und vielleicht aus Sicherheitsgründen sollte man vielleicht dieses Vorgehen wählen.